Bankdrück-Battle, William vs. Johannes Lukas. Ich bin gespannt. Original-Aufnahme. Hallo Leute, ich... Okay, diesmal ist es nicht Manuel, sondern Farid Bang, sehe ich. Also, let's go, Freunde. Hallo Leute, ich bin's, Farid. Ihr seid gerade hier auf meinem offiziellen YouTube-Channel. Bitte abonniert ihn, bitte folgt mir. Übrigens habe ich noch eine Instagram-Seite. Und für alle, die das noch nicht wissen, ich bin auch auf Snapchat. Und wir haben jetzt eine... Du kannst dich jetzt hinsetzen und die Show genießt. Geht mir nicht auf den Sack mit dieser Schwule-Ansagen. 160. Ja, ja. Das ist immer gut, wenn man mit Frauen in Doggies teilnimmt. Dann sieht die in die Brust. Ey, Junge, der Typ, der das macht, ne? Ich schwör's euch, Respekt geht raus. Das ist ne fucking Arbeit, Alter. So, genauso wie Rosvita Röhl, die Videos und so weiter machen. Weil das passt ja auch noch irgendwo alles. Das ist dann auch noch mal ne gute Brustie. Johannes Bang, 100 Kilo. Ich spiele die Daumen, die Spanne. Oh, muss ich aufsehen. Eine Übung, die ich seit 10 Jahren schon falsch mache. Aber ist hier niemals schlecht geworden bei mir. Wenn man sich hier meinen Körper anschaut, der klassische Disco-Pumper, der natürlich mit diesem Körper... Ey, Junge, das passt so geil, Mann. Schon wie ein oder andere... ...flachgelegt hat. Das kann sein, ist aber egal. Am Ende des Tages geht es darum, das Gewicht zu bewegen von einer... Jetzt zeig ich euch mal, was ich trinke zum Training. Wer hat sogar ein Placement reingeklatscht. Wie geil ist das bitte? It's lighter light heute. Normalerweise... Ey, das passt. Guckt mal. Es ist lighter light heute. Normalerweise... ...originale Coca-Cola hier und dann nimmst du die. Was kannst du dann machen? Machst ein paar Liegestütze. Das tut mir mal gut. Ja, als ob ich so oft die 170 gedrückt habe. Was für ein Fake. Ich habe die neunmal gedrückt in dem Battle, glaube ich. Und bei dem nehmen die die ganze Zeit 100, oder wie? So Leute, lasst mich mein Samstagstrinken. Je Kälp! Geh mal da runter mit der Kamera. Da. Okay, hat stark angefangen. Am Ende ein bisschen abnachgelassen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat. Oder beispielsweise ein Whey-Protein. Oder einen schönen Booster. Könnt ihr wie immer euch den besten D sichern. Mit dem Rabattcode William auf esm.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank bis zum nächsten Mal. Ciao.